Er wohnt nicht bei der Mutter oder zur Untermiete. Herr Lister, fragen Sie, hält Sie an. Sie sollten immer zur Redestünde. Ganz richtig, Berri. Warum fragst du mich nicht? Oder besser, komm her und verschub dir selbst einen Anhuck. Ja, sofort. Die Adresse ist 1086 Sunset Boulevard. Du darfst mich nicht fassen, Junge. Ich, ich habe es getan, weil ich dich brauche. Schau mich daran. Meine Hände. Mein Gesicht. Die Hände wandern in den Augen. Wie kann ich wieder arbeiten, wenn ich langsam zum Konten gehe? Ja, ich stehe nicht so nah. So voll mit dem Hass. Schrei mich an. Schlag mich. Aber sag nicht, dass du mich hast, Junge. 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 Untertitelung. BR 2018 Joe, was ist denn los? Was macht mir so Angst? Was wollte die Frau mir sagen? Sie sprach so konfus, dass ich nichts verstand. Sag mir, was hat es gegeben? Du sagtest, dass du mich liebst. Soll ich jetzt Wort? Joe, sag ein Wort. Schau an ihr Flock nach Karriere, kommst du als Gast zu einem Star, strengt die Welt und alle Regeln. Sag, was du lebst hier? Wirklich? Siebzehn, 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 siebzehn. Es fach' dich schon, dass du es gleich konzentriert bist Sase Kolo dann, nennen dich bole mal und das süße Leben zu gließen Sase Kolo dann, nennen dich bole mal und halte hier und halte hier fließen Sag' dir, wer wohnt denn? Dann fand ich bei dem Nuss Die war er auch so! Die war er auch so! Ach was, das ist mir da, ich war da, und jetzt war sie dir! Warum dir Angst? Das ist alles, die Geschichte ist nicht originell, ein angedauschendes Modell, denn Jaws und Amas gibt es nun. Eine ältere Frau mit sehr viel Geld, ein jünger Mann, der ihr gefällt, sie frisst ihn auf mit Haut und Hand. Bist du doch verraten, nur katequat, ich bin der Glück von dieser Art, kann sein Luxus nicht empfehlen. Soll ich ganz so weit zum Bett und schreien von Tisch und Stürmer und Gestalt und mich von Stab und Dreck ernähren? Ihr Machen von mir für die Katze, schließlich hab ich das Große losgezogen. Für dich ist hier leider brennlos, weshalb denn du wirst gerne von mir betrogen. Dann geh ihr wieder zu Adi und nimm ihn zu an und ich biet euch auch gern mal den Swimmingpool an. Ich kann dich nicht mehr ansehen, John. Ja! 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 Das war's für heute. Ich danke dir. Danke. Danke. Was hast du vor, Tim? Du verlässt mich doch nicht. Das darfst du nicht. Max? Max? Es war ein köstlicher Spaß. Mit Dank hat du nie echtes Blattstück ein wenig zu edel für mein Redaktionskult entdecken. Nicht etwas schulde ich dir. Die Wahrheit über dein Drehbuch an diesem Schundhahn, den ihr interessiert. Nur an dem Wagen von dir. Ach du willst, wie man dich liebt, was du bei dir in meine Fanpost? Nun Max, schreib dir noch Briefe. Mein Publikum ging's nicht mehr. Es hat dich längst vergessen. Fünfzig sein ist keine Schande. Nur tun er sein wird zwanzig. Kein Star wird je was größer sein als ich. Goodbye. Goodbye. Come on. It's hell. Niemand verlässt einen Star! Und während das erste Licht des frühen Tages auf das Haus fällt, in dem der Mord geschah, befindet sich der ehemalige Stumpf im Star Norman Esmuth im Zustand der totalen geistigen Verwirrung. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach ja, jetzt weiß ich's wieder, ich hatte Angst gestürzt, nein, kein Star, wer dich mal grüße darf. Licht! Ammergast! Aufnahme! Ammergast! 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 Ich muss mir unterbrechen. Ich bin einfach zu glücklich. Durfte ich ein paar Worten sagen, Mr. Demir. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie herrlich es ist, wieder im Studio zu sein und einen Film zu drehen. Ich verspreche Ihnen, sie nie wieder in Stich zu lassen. Das hier ist mein Leben und wird es immer bleiben. Etwas anderes gibt es nicht. Nur wir, die Kameras und all ihr wunderbaren Menschen da draußen im Dunkeln. Und jetzt, Mr. Demir, bin ich bereit für die Nahaufnahme. Die Sand für immer, ich bin da. Und jetzt, Mr. Demir, bin ich bereit für die Nahaufnahme. Und jetzt, Mr. Demir, bin ich bereit für die Nahaufnahme. Und jetzt, Mr. Demir, bin ich bereit für die Nahaufnahme.